So Leute, da sind wir wieder mit Zausparken, Stab der Wahrheit. Mit mir der Jutis, der Sefi. Hallo! Und an der Tue, der wir hier einfach mal so hinterherlaufen. Stalking Time! Stalking Time! Wir mögen alle Stalking Time! Hey, sie ist weg! Waaat! Ein Mysterium. Das wäre bestimmt ein Geist. Oh, Galileo, Mystery. So, was habe ich eigentlich noch? Nutze eine Portion Protein. Ach so. Ah! Das Kind, das ist wahrscheinlich längst verhungert. Gott, wo soll das Kind schon wieder sein? Ah gut, ich wollte sie nicht danach suchen. Also, ab zu nirgends. Das Kind lassen wir Kind sein. So. Lass mich dort hin. Moin. Hey, holle Kacke! Ach nee, du weißt ja, Jason. Holle Kacke war ja immer noch anders. Es sieht für mich alle gleich aus. Haben wir noch hier irgendwas? Ich glaube, da haben wir noch drei mit. Ach so, ich will ja nichts verkaufen. Oh, ich muss niesen. Geh unter. Danke. Bitte. Oh, hier sind keine besseren Waffen. Was haben wir hier denn noch? Hm, wie niedlich. Aha. Ist ja auch nichts besonderes. Ich habe zwei Dinge davon produziert, nur davon, wenn du den Körpergleiter abgekackt hast. Naja. Naja. Wieso kann man eine Strategie auch aufbauen? Ja, aber... Naja. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das lohnt sich total. Hi, Kai. Orkisch? Oh mein Gott, ob ich mir das merken kann. Super, wir machen ein Bildchen von uns. Ohohohohoho. Also Karten. So, der Foto-Dojo. Hm. Nein. Er ist... Ach, der ist auch gleich um die Ecke. Ja. Ja, ihr Kinder, ne? Es wird noch weißen Dorn. Na, der war es nie wieder gesehen. Karten muss ziehen, langsam. Hallo, Zombies. Das ist ein Dorn. Oh, das ist ein Dorn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin nicht mehr so schön. Wir haben größer Sachen zu tun. Okay shh. Können sie nicht besser arbeiten gehen? Ah! Guten Tag! Hallo! Ich möchte gerne ein Bild von dir. Okay! Scheiße, dass man sie nicht richtig angucken kann. Hm. Dann müssen wir mal weiter. Ja, mit Cartman! Ich möchte ein Bild mit Cartman machen. Da muss ja irgendwas passieren. Ich bin cool so wie ich bin, du Arsch! Oh, willst du mich verarschen? Okay, dann wechsel ich mal ein Outfit. Alter, was bist du denn? Pädophil? Alter, du wirst doch nicht... Ey, das Schuss hatte ich nur einen Kopf! Kein Wunder, dass du das T-Shirt ausziehen sollst. Okay, dann mach ich mich halt nackig! Das ist nur ein Missverständnis! Okay, dann mach ich mich halt nackig! Das ist nur ein Missverständnis! Oh, das geht's doch nicht! Okay, wir machen uns nackig! Okay, das ist gut! Okay, das ist gut! Sehr gut! Ja, sehr gut! Ja, sehr gut! Ähm... Nein! Du bist so schick, son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Das darf ich mich auch noch nackt mit ihm da prügeln? Toll! Wie der Typ das auch so steht! Hi! Ich bin Ulla! Und ich mag Ulla! War das eine BINNE? Nichts! Ähm... Okay! Was ist das? Drück A wenn du... Achso! Was? 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 Ich verstehe! Äh... Äh... Ich bin wirklich gerade ein bisschen... Äh... Ähm... Ich... ähm... Zieh mich mal kurz an. Ähm... Das war schräg. Und deine Unterhose sieht aus wie so eine Sumo-Ringer-Uniform. Ja! Ha! War wie eine BINNE! Ah! Schon besser! Ja! Geht doch! Hey! Ich wollte den Pedo... Ach! Ich wollte gerade sagen... Ich wollte gerade sagen... Ich wollte den Pedo lüten! Lüten! Ja klar! Ach! Aber Baseballkarten nur! Keine Kinderbilder, ne? Hey! Hier ist ein Weihnachtsbaum! Hm! Oh! Und ein Bärchen! Was sieht noch schön aus? Geil! Eine Hochspannungswarnung! Du heißt 3 AP, wenn du Schockschaden ziehst! Filmrolle! Der Geist der Weihnacht! Ähm... Der Clown ist ziemlich creepy! Oh ja! Ist doch irgendwas schönes! Hm! Der ist aus! Hallo! Danke! Sooo! Dann waren wir mal nach Kanada! Kanada! Wir reisen nach Kanada! Schuld ist Kanada! Nur Kanada! Pfff! Dann waren wir mal! Dann waren wir mal! Wir gehen mal da hin! Oh man! Du hast nie wieder eine Passtel von mir machen! Ich wollte eigentlich rennen und nicht schlagen! Servus! Oh! Ach lieber! Ich glaube hier können wir auch noch lang her! Wo ist denn mein? Da! Hast du Karten eigentlich schon angefurzt? Ähm... Warte! Warte! Jetzt hau's! So! Uh! Wie war das noch? Norden! Uh! Schnapp sie! Nö! Schönen Tag! Alter! Alter! Der macht den Moonwalk! Da hat einer den Moonwalk gemacht! Oh nicht schlecht! Michael Jackson? Bist du's? Gott! Papiere bitte! Aha! Mick! Ich liebe dich! Karten kackt bei mir ganz schön macht's ab! Wollen wir kurz sagen, so viel hält er gar nicht aus, ne? Nö! Na gut, ist halt dieses typische Magier-Klischee, ne? Nö! Oh! Der schreit ja völlig, dass man seine Fähigkeiten nimmt! Scheiße! Mein Unleben! Hast du das Probleme? Ja, das glaube ich so bevor ist! Guck mal, er hat knapp 4000 TP und ich habe das Doppelte! Oh, ich wollte looten! 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 Und... Lass mich looten! Niemals! Ach ja! Und, ach! Hier war's noch! Looten! Wah! Achtung! Yay! Kanada! Ach ja! Hallo! Ich möchte gerne nach Kanada! Ich sehe, dass du einen Passport hast! All right! Hand es über! Papers appear to be in order! Very well! I hereby grant thee access to the great nation of Kanada! Open the gate! Oh, I'll do it! There we go! Dankeschön! Hey! Kanada! Welcome to Kanada! Von Pixels! Äh! Äh! Warte! 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 Das ist meine Fairmail. Ich wollte lautermachen! Nein, eben nicht! Ach, da! Höre hin und lausche diesen Ton! Aha, ja! Ich möchte gerne nach Otawa! Ach, sehr! Äh! Ähm... Hallo. Du hast kein Geld? Meine, wie verarschen. Was haben denn für Waffen? Achso, es ist meins. Alter! Ja, zeig's mir. Los. Gib's mir! Was hat er denn hier? Auch nichts besseres. Eine kanadische Heliparte. Oh, hier ist es noch eine Treppe. Ähm... Entschuldigung. Wer hätte damit denn jetzt rechnen können? Ah, die Bank. Ich will hier mein Geld umtraschen. Gleiches Geld. Amerikanisches Geld umtraschen. Hier, bitteschön. Wäsche. Guten Tag, was bieten Sie mir an? Ich will mich hier reinlassen. So sollte, ich bin hier in den Kampf gehalten. Ja, ja. Sehr ruhig. Ich habe Wichtiges zu tun. Was ist das hier? Hallo, ich lauf hier mal so durch, ne? Ich hoffe, es gibt keinen. Wie die hier aussehen. Eine Idee! Hallo! 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 Wäsche. Was haben wir hier? Ein Sauber aus dem Süden? Nicht nur ein Mensch kann die Gäste der großen Land. Du musst haben die paddacht und dann obtained... ... ein Passport. Ich bin der Prinz des Kanadischen. Und hier meine liebliche Frau. How kann ich dir Hilfe? Was ist das? Ich habe es nicht mehr gemacht. Ich habe es schon gesehen, aber ich glaube, es ist nur in einem bestimmten Teil der Kanada gesprochen. Ich sage, dass du nachher nach dem Himmel und nach dem Earl von Winnipeg aussehen kannst. Er kann dir, wo in Kanada die Sprache sprechen. Aber ich weiß, dass die Wilderness der Kanada ist mit dire Wolfen. Du wissen, dass dire Wolfen sind, richtig? Sie sind wie Wolfen, aber sie sind dire. Ich bin schon fertig. Oh, das ist eine Truhe. Ein kanadischer Edelstein? Schlecht einige Angriffe bei perfekten Schneeben. Verdorbener Pudding Royale. Und ein Mammertrank. Ich habe Mammertrank verstanden. Was sind deine Fotos? Ah! Ich habe einige Fotos gekriegt. Schlecht. Cartman, du bist so breit wie die Tür. So, dann wollen wir hier mal weiterreisen. Ah, der Düsterwolf. Alter, ich wollte wehtun. Wie klingst du denn? Wie eng der echt der Düsterwolf? Im SNES-Style. Im SNES-Style. Sehr gut, Cartman. So, einen Brennenwolf haben wir. Voll der Rest. Was macht ihr da? Ich könnte... Was? Ich hätte mich verpaschen. Ich wünsche mir das Cartman-Toth. Das wäre mir irgendwo schön. Vielleicht solltest du mal den Begleiter wechseln. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Dein Inventar würdest du vielleicht mal ganz gut tun. Mhm. Wer hast du denn noch? Ich sag mal nur Sache. Ich weiß immer nie, ob Cartman immer nur einen Schaden macht. Oder? Sehr schön. Mal kurz warten, bis ich kalt werde. Und dann lassen wir den Partner wechseln. Danke Cartman, das war lustig mit dir. Finde ich einen Heimvorteil, weil ich Ike rufen kann? Ich weiß nicht, was Kyle heißt. Ich wollte gerade sagen, wo ist er? Ich muss gleich in die Höhle gehen. Gesundheit! Na dann. Oh, was liegt da? Ich kann es aber nicht kaputt machen. Alter, was da hinten wartet? Zwei Bären und ein Wolf. Was ist das da vor? Ist das da was? Sind das kleine Marios? Was ist das? Keine Ahnung. Oh man. Ich glaube, ich cutte erst mal. Macht uns ein wunderbares Bild. Halt's! Maul für abmoderieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns natürlich darüber freuen. Mhm. Und bis dann sagen Tschüss. 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 Vielen Dank.